Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Die Bundespolizei hat sich offiziell für einen Vorfall an der polnischen Grenze entschuldigt, der zu einem intensiven medialen und öffentlichen Diskurs geführt hat. Der Vorfall ereignete sich letzte Woche und hat die Beziehung zwischen Deutschland und Polen stark belastet. Reaktionen auf polnischer Seite Die polnischen Behörden haben schnell auf die Berichte reagiert und sowohl den deutschen Botschafter in Polen als auch das Auswärtige Amt in Deutschland um eine Erklärung gebeten. In Warschau kam es zu mehreren Protesten, bei denen Demonstranten Transparente mit Slogans wie Gerechtigkeit für alle und Stopp die Diskriminierung trugen. Offizielle Entschuldigung der Bundespolizei In einer Pressekonferenz am Montagmorgen entschuldigte sich der Sprecher der Bundespolizei, Rainer Schmidt, im Namen der gesamten Behörde. Er betonte, dass die Bundespolizei den Vorfall sehr ernst nehme und bereits interne Ermittlungen eingeleitet habe. Wir bedauern zutiefst, dass dieser Vorfall zu Unannehmlichkeiten und Missverständnissen geführt hat, sagte Schmidt. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Bürger fair und respektvoll behandelt werden. Mediale Berichterstattung Die Berichterstattung über den Vorfall war sowohl in Deutschland als auch in Polen umfangreich. Die größte polnische Tageszeitung, Gazeta Wyborcza, hat sich ausführlich mit dem Vorfall befasst und auch die deutsche Presse, darunter der Spiegel und die Zeit, haben darüber berichtet. Viele Medien bezeichnen den Vorfall als diplomatischen V-Pass, der schnellstmöglich behoben werden sollte, um die bilateralen Beziehungen nicht weiter zu belasten. Auch auf politischer Ebene gab es zahlreiche Reaktionen. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat ebenfalls Stellung bezogen und betont, dass Deutschland die Beziehungen zu Polen sehr ernst nimmt. Wir arbeiten eng mit unseren polnischen Partnern zusammen und werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass dies ein Einzelfall bleibt, so Seehofer. Der polnische Außenminister Józef Kwiatkowski begrüßte die Entschuldigung und forderte eine lückenlose Aufklärung des Vorfalls. Folgen für die betroffenen Personen Der betroffene polnische Staatsbürger erwägt derzeit rechtliche Schritte gegen die deutschen Behörden. In einem Interview mit der polnischen Nachrichtenagentur Piab sagte er, es geht mir nicht nur um meine persönliche Erfahrung, sondern darum, Abhilfe zu schaffen, damit niemand anderes dasselbe durchmachen muss. Er habe bereits Kontakt zu Anwälten aufgenommen und überlege, ob er gegen die Beamten klagen soll. Zukunftsperspektiven Dieser Vorfall hat einmal mehr gezeigt, wie empfindlich die Beziehungen zwischen benachbarten Ländern sein können. Solche Zwischenfälle haben das Potenzial, diplomatische Spannungen auszulösen, die weit über die betroffenen Personen hinausgehen. Um solchen Spannungen vorzubeugen, betonten beide Staaten die Notwendigkeit einer intensiveren Zusammenarbeit und eines ständigen Dialogs auf allen Ebenen. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Vorfall als Gelegenheit genutzt wird, um die grenzpolizeilichen Maßnahmen zu überprüfen und zu verbessern, sodass sie mit den Werten und Prinzipien beider Nationen in Einklang stehen. Die Bundespolizei hat bereits angekündigt, zusätzliche Schulungen für ihre Beamten einzuführen, um die Sensibilität und das Bewusstsein für interkulturelle Aspekte zu schärfen. Anita Farke, Dienstag, 18. Juni 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.